Hallöchen, Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Knights and Glory. Wir wollten die Kampagne weitermachen. Mit ein paar Sternchen, ne? Jetzt machen wir jetzt die Stufe 6. Kämpfen gegen Ninjas, Kämpfen gegen Matchlocks und Kämpfen gegen Huang Zong. Sieht alles drei sehr, sehr mächtig aus. Finde ich sehr uncool. Ein bisschen Infanterie vorne, um die abzuhalten. Ein bisschen Zeit zu schinden. Und dann die Bogenschützen. Ist das wieder nicht, Alter? Aber wunderbar. Die hintere Reihe instant gekillt. Mit einem... Mit einem, ähm... Ja, mit einer Runde. Aber er schießt Feuerpfeile. Wie widerlich sind die, diese Gegner? Dö, 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 dö. Aber easy gewonnen. Müssen wir die eine Mission noch auf drei Sterne bringen? Na, die da. Schauen wir mal, was hier das Problem war. Vielleicht zu schwaches Team. Dö, 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 dö. Ich würde sagen, wir mal so machen, man. Lammuschen sind immer eine gute Sache. Da wird ihr hier hinterher nicht angegriffen. Ah, die Schuriken gerade waren ja richtig Misty Ninjas. Das war ja super eklig. Ich habe es leider überlebt, okay. Aber es macht nichts. Nice. Und alle drauf. Piu. Auf allen Einzelnen. Yay. Okay, jetzt muss ich sechs Sterne bekommen. Ja, die... Drei Sterne bekommen. Auf geht's zu Stufe 7 und dann noch zu Stufe 8. Wieder Match-Logs. Na, die werden wahrscheinlich direkt wieder davor stehen. So wie gerade eben. Na, wobei jetzt ist... Ist nicht so geil aus. Schauen wir mal. Müssen wir die bestimmt wieder werfen, oder? Ne, doch nicht. Hm. Können knapp sein, ne? Okay, dann hab ich ja abgeschossen. Okay, die gehen auf die Frontline. Okay, alles klar. Ja, das ist natürlich easy, ne? Kein Problem. Und Snapper! Okay, erst mal blitzen. Oh nein, ich hab an Einheit verloren. Tragisch. Tragisch. Ich hab mega viel Gold, ne? Ich kann mir eigentlich was im Shop damit kaufen. Eigentlich sollte ich mir im Shop was damit kaufen. Ich kann mit sonst ja nichts anfangen. Aber... So, ist irgendwie alles so wenig geil. Super wenig geil. Hm, 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 hm. Ah ja. Egal. Später vielleicht. Okay, kommen wir zu Stufe 8. Dieses Kapitels. Mit... Takeda Shingen. Er hat einmal einen normalen Angriff. Er hat einmal Sturmattacke. Und er hat Attack Speed. Und ich weiß nicht, was der Blitz sein soll. Also, 3 Sterne. Könnte ich hier als, äh, sehr, sehr schwer empfinden. Ich würde es tatsächlich so lassen. Mit den Bogenschützen. Hat der einen Helden? Der schon, oder? Ne, doch nicht. Okay. Na, die gehen auf die Frontline. Und die Arke-Blosen dort. Ah, die Pferde. Na gut, die sind nicht One-Hit. Ah, hat er die gerade gepusht? Zwei falsche Units getroffen. Geil. Du bist dein Held. Nostradamus. Ich liebe dich. Hm. Na, er macht ja so einen Sturmangriff, oder? So, dann, also so ein... Na, er pusht sich irgendwie erst mal. Wow, der macht aber Damage. Der pusht sich. Bam! Aber keine drei Sterne. Es sind leider nur zwei geworden. Bedauerlich. Oh, wir haben Robin Hood bekommen. Nice. Nice. Sehr nice. Ich glaube, den nehmen wir mit, oder? Es fehlt leider ein Stern, aber ich hoffe, den kann ich später nachmachen. Aber Robin Hood könnte man tatsächlich mit reinnehmen. Daily Bonus? Oh, gibt's sowas? Faszinierend. Wusste ich gar nicht. So, Robin Hood. General und Berater. Ach, klar, General sind die Helden, ne? Hm, hm. 240 Fernkampfangriff. 264. Wir können die tatsächlich verwenden. Dafür müsste ich aber die Pekiniere umtauschen. Gegen die Schwertkämpfer, weil die einfach mehr Leute sind. Verwenden. Ich brauche nämlich dann halt eine Frontline, eine bessere. Ich hätte natürlich auch sowas hier machen können. Und kann ich okay, einen anderen Kartendext bauen. Okay. Okay, switchen. Nein. Karten verwalten auch nicht. Strange. Wir probieren es mal mit Robin Hood. Tja, leider fehlt hier ein Stern, ne? Das ist ja sehr bedauerlich. Aber den können wir nachmachen später. Kapitel 3. Seidenstraße. Muss ich Kapitel 3 abschließen, oder reicht es, wenn ich es erforscht habe? Für die Akademie. Ach, leck mich. Ach. Okay, was haben wir hier oben gehabt? Gerade ein Entschiefmann fertig. Schießen kann man hier ab 2, okay. Na gut, auf geht's zu dem hier. 6 Bomber und 12 Schwertkämpfer. Hier werden sie wahrscheinlich selber in die Luft sprengen, wenn sie näher dran sind. So. Schwertkämpfer und der Rissbogenschützer. Das sind anscheinend Fernkämpfer. Okay, Robin kann mehrmals schießen anscheinend. Wow, wie sinnlos ist das denn, bitteschön. Warum Robin Hood? Warum bist du so dumm und greifst nicht dann an, wenn die entweder fertig sind, oder die anderen greift an, wenn du fertig bist? Stattdessen markiert er einen, den er definitiv angreift, auch wenn er tot ist. Ah, manchmal ist dieses Spiel, ah. Ah, okay. Auf geht's zur Stufe 2. Wir haben hier zusätzlich noch Edward, jetzt haben wir auch einen Helden als Gegner. Ich finde die sehr, sehr, puh, ich weiß nicht so richtig, was ich von dem Team halten soll. Ich bin, puh, sehr unsicher, ob das überhaupt gut ist. Also gerade Robin Hood ist, greift halt an wie so eine Banane, ne? Irgendeinen, der schon tot ist. Mach nochmal einen Bogen drauf. Okay. Da kriegen wir hierfür keine Kisten mehr, wenn wir hier gewinnen. Finde ich ein bisschen schade. Gut. So, hier haben wir dann später Stufe 5, 6, ne? Die gehen wir auch noch ein bisschen lang. Hoch bis zum Palast. Ah, Stufe 3, dann 4, 5, 6. Na schön, alles Step for Step. 12? Ne, das waren keine Bomben, das war was anderes. Waren die Schildträger gewesen? Kann das sein, ja. Na, da bin ich mal gespannt, ob das was wird. Wahrscheinlich hätte man vielleicht hier tatsächlich Da Vinci mitnehmen sollen. Gegen die Masse an Helden. Aua. Das tut ziemlich weh von denen. Ne, ich denke, das wird nichts werden. Oder? Okay, die sind nicht so stark. Ich muss nochmal berücksichtigen. Die machen tatsächlich nicht so viel Damage. Nice. Das war ein falsches Schild weg, aber ist doch egal. Ich hoffe, dass... Aua, 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 Aua. Hört mal auf damit. Verloren. Na ja, gut. Okay. Hier habe ich keine Chance. Andere Taktik vielleicht. Ne, bringt auch nichts. Das bringt keine andere Taktik, das war schon die Beste. Ich kann es nicht alle... Alter, guck dir mal an, wie viele Einheiten der hat, ja. Stell dir mal vor. Das bleibt sogar noch mehr. Er hat wirklich komplett Bogenschützen hier. Das sind, glaube ich, die normalen. Das sind keine Elite-Bogenschützen. Wir machen da nicht so viel Damage. Das vielleicht. Wie gesagt, Da Vinci vielleicht. Probieren wir gleich nochmal. Also... 2-2-2 ist es aktuell. Vom Team her. Zwei Infanterie, zwei Kavallerie. Zwei Bogenschützen. Bäm, bäm. Nice, zwei Bogenschützen weg. Ja, die kommen wir leider durch. Das ist der Scheiß, ne? Die töten halt meine Bogenschützen. Easy. Finde ich sehr uncool. Das ist wieder nichts. Außer Robin hat er stark genug, aber ich denke nicht, dass das der Fall sein wird. Der wird jetzt getötet werden. Okay. Wenn sie beide jetzt... Robin hat nicht... Guck. Oh, sehr knapp gewesen. Das war sehr, sehr, sehr knapp. Okay. Einheit hat einfach mal fast 20% meines Teams ausmacht. Ding. Sto 4 noch. Probieren wir es zumindest. Das war mir nicht ganz so schwer. Das war mir ein bisschen leichter gemacht. Die Weggabellung war nur so schwer gewesen. Verdammt, meine Bogenschütze schießen nicht doppelt. Das macht ja nur Robin Hood. Ah, widerlich. Bogen weg. Oh Gott. Du bist so unfähig in Ostradamus. So unfähig. Piu, piu. Aber, gewonnen. Geballte Pfeilkraft. Piu. Die Pfeilkraft ist halt so lächerlich auch, ne? Also die Kisten, diese 8 oder 12 Stunden Kisten sind einfach viel, viel besser. Ne? Oh. Oh. Ein zusätzliches Pack in unser Team aufnehmen. Und das ist sehr gut. War ich noch nicht. Ich hätte die Fußritter verbessern sollen für die Verteidigung. Muss ich leider machen, ja? Auch wenn ich jetzt das Level ab habe. Nein, noch nicht ganz okay. Ah, das sind gar nicht die Fußritter. Das sind die Ritter nochmal. Oder sind das die? Ne, Sturmattacke. Kavallerie, Level 6. Yay. Danke sehr. Warum habe ich die nicht drin? Warum habe ich diese Reiter, Level 5? Ritter. Sturmattacke macht nicht ganz so viel Damage, oder? Ne, okay. Kavallerie, hm. Das ist es gar nicht. Ähm. Da noch einmal kurz meine Verteidigung verbessern. Indem ich ein zusätzliches Pack aufstellen kann. Oder sogar zwei schon. Ne, eins. Ähm. Noch mehr Bogenschütze oder Kavallerie? Warum ist denn da hinten nur einer? Minus 3. Warum Minus 3? Okay, jetzt ein 4. Ne? Muss ich das verstehen? Ne, ne? Muss ich das nicht verstehen. Oh, der hat irgendwas automatisch aufgefüllt. Das soll er aber bitte lassen. Ich hätte einsetzen und drücken sollen, ne? Ach, in diesem Spiel ist so lange, aber auf Blue Stacks. Ach, ist das ekelhaft. Okay, machen wir noch ein Match. Schauen wir mal, ob wir das noch hinkriegen. Was haben wir denn hier? Ist das wieder ein Bonbon? Na, ist das vielleicht. Und Heo June, der Heiler. Na, ich bin mal gespannt. Und jetzt kann ich ein Pack zusätzlich mitnehmen. Sehr, sehr nice. Da freue ich mich natürlich drüber. Mh. Och. Lecker. So viele Langbogenschützen. Mh. Er hat auch einen Helden. Aller, die gehen noch ein bisschen Damage, die machen, ey. Heilt ihr. Aber halt nur um 70 Leben oder so. Ist natürlich aber auch viel. Wenn er jetzt durchkommt zu den Bogenschützen, ne? Und die halt kaputt macht. Wenn er sie halt kaputt macht. Dann wäre das natürlich schon sehr praktisch gewesen. Aber so. Ausnahmsweise haben die sich mal abgesprochen. Kann ich irgendwie gar nicht glauben. Okay. Ding, ding, ding. Gut, Leute. Gut, gut. Kann ich nicht meine Erfahrung viel sehen? Ah ja, steht es. 12 von 200 XP. Mhm. Wunderbar. Okay, Leute. An der Stelle würde ich sagen, kurz mal eine kleine Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Nights in Glory. Vielen Dank, dass du siehst. Und bis dann. Ciao, ciao. 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 Ciao.